So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich stelle mal noch den Sound ein. So, heute ein kleines Tutorial über euren Chaos. Also heute möchte ich euch einfach mal die Sachen erklären, die so, die eigentlich die grundlegenden Sachen, die vielleicht am Anfang nicht so klar zur Geltung kommen. Also ich versuche einfach mal alles euch zu erklären, da am Anfang recht vieles schwer ist. Und mit einem Video geht es ja ziemlich einfacher. Also, ich bin da jetzt gerade auf den Flüsterinseln. Mal schauen, wo ich da genau bin. Ich gehe sonst mal hier vorne ins Dorf. Ja, ich kann es eigentlich auch schon hier zeigen. Also, was ich euch zeigen will, ist einfach vor allem die Charaktersachen. Also hier einfach diese Spalten da und was das so bedeutet und so. So, ich gehe jetzt doch noch schnell nach... Immer Sommerhafen heißt es, glaube ich. Ich habe noch nie ein Order und Chaos deutsch sprechendes Tutorial so gesehen. So, es leckt es ein wenig, tut mir leid. Also, da ist genau noch ein Daily, das ist auch gut. Also, das ist euer Rucksack. Wenn ihr da auf euren Charakter geht, ihr könnt auf den Kopf drücken oder was auch immer, dann habt ihr diese Sachen. Dann, das ist jetzt zum Beispiel ein Schuh, den könnt ihr anziehen. Ich ziehe den jetzt nicht an, da ich eigentlich den nicht brauche und eigentlich meinen schon okay ist. Dann werde ich euch auch noch einmal die Gegenstände hier zeigen, wie ich das geordnet habe. Das ist mein Haustier, das könnt ihr hier sehen. Das ist ein kleiner Wolf oder junger Wolf. Also nichts Besonderes, ich habe noch andere. Ich möchte dann wahrscheinlich auch noch ein Video dazu machen. Dann, das sind Questgegenstände oder Auftragsgegenstände, wie es zu Deutsch heißt. Manchmal stehen auch noch kleine Sachen, wie das Buch ist voller unbekannter Wörter. Dann das hier ist Essen. Das habe ich jetzt hier auf der Seite positioniert. Hier könnt ihr auch irgendwelche Zaubersprüche, zum Beispiel die hier. Bringt jetzt mir nichts, bekomme ich irgendwie all zwei oder drei Sekunden in die 150 Gesundheitspunkte. Das bringt natürlich mir jetzt gar nichts. Dann hier drücke ich jetzt auch nichts. Das war jetzt der andere Spruch. Das ist ein Elixier oder was auch immer. Ja, also hier habt ihr Platz, um noch weitere Sachen zu deponieren. Das habe ich euch jetzt schon gezeigt. Also nicht nur das hier unten, für irgendwelche Zaubersprüche oder so. Auch das. Also dann, das da ist eben ein Stiefel. Ich glaube, ich erkläre jetzt nicht alles. Das ist Essen, das ist ein Volltuch und da. Dann, das ist eigentlich der Charakter. Komisch, dass der Helm jetzt, wenn ich so über den Bildschirm ragt. Naja, das ist eben alles, was ich jetzt angezogen habe. Also da kann man sehen, Kochende, Wacher, Panzerung wahrscheinlich. Dann hier oben, Eigenschaften. Da kann man sehen, also GP, das sind, glaube ich, Gesundheitspunkte. EP ist Experience, also Erfahrung. Wie viel man noch zum nächsten Level braucht. Ich bin jetzt Level 38 und brauche noch fast 30.000. Dann hier könnt ihr auch herüberscrollen. Könnt ihr auch schauen. Geschäftspunkte, Seelensiel, das ist aber nichts für mich. Das ist dann für Zauberer, glaube ich. Dann da, wie viel Schaden ich da habe. Also, ja, das könnt ihr auch mal selber schon fern. Dann da irgendwie Zauber-Schaden-Modus. Also das ist, glaube ich, wenn man irgendwie so Sachen einkauft oder so. Also ich habe jetzt nichts davon. Ja, das sind auch noch eben so Sachen. Also die, die schaue ich eigentlich so gut wie nie an. Also, war ich jetzt. Meistens ist das für mich von Bedeutung hier. Also, das aber eigentlich, ja. Dann Aufträge hier. Bleiben alle eure Aufträge gespeichert. Ihr könnt da auch gerade direkt einen auswählen. Wie ihr jetzt da. Ihr seht, ähm, so ein Pfeil unten. Und, ja. Ihr werdet dann zu dem Auftrag hingeführt. Vielleicht, wir sind jetzt noch ein wenig, die, ähm, in Quests verpackt gewesen. Ich hoffe, dass heute eine Server-Wartung stattgefunden hat. Wenn nicht schade, es gibt ja bald ein Update. Aber es ist wieder eine andere Sache. Dann Lotterie. Da könnt ihr, kann ich in 34 Minuten, kann ich mitmachen. Oder für 5 Bolts kann ich da jetzt, ähm, ja, in die Lotterie etwas investieren. Aber das mache ich jetzt nicht. Dann Zauber. Aufträge waren wir gerade. Eben, also Aufträge. Dann nach dem Tod müsst ihr auch wieder den Haken setzen, damit ihr den Pfeil bekommt. Wie ihr da jetzt gesehen habt. Zauber. Da. Enthauptung. Da kann ich jetzt auch neu hinzufügen. Da könnt ihr eben einfach mit Drag & Drag, heisst das einfach, glaube ich, könnt ihr da, ähm, Sachen hinzufügen. Also, hierüber. Ich habe jetzt das so gemacht. Dann Talente. Da habt ihr die, ich habe jetzt nutzbare Punkte. Keine. Da könnt ihr so Sachen upgraden. Ich muss mal schauen, ob ich etwas habe. das ich noch nicht komplett abgegradet habe. Ja, wahrscheinlich das hier. Genau, da könnt ihr da wieder unten stehen. Dann Hüter. Das weiss ich echt nicht, was das, was das genau bedeutet. Also, ich habe jetzt nur dies hier gebraucht. Das kann ich euch leider nicht sagen. Dann da. Ah, Hüter ist die Tapferkeit. Dann Lebens, oder was auch immer. Lebensfertigkeit. das Ziel wechseln. Das macht es ja, das ist nicht so wichtig. Dann hier, das könnte von, äh, für euch ein paar noch von Bedeutung sein. Und das, ähm, diese, da könnt ihr dann gewissen Sachen, so Wohlfahrten brauche ich jetzt da, statt von hochwertigen Waffen, Baumwolle. Da könnt ihr da Sachen erstellen und dann eben Geschäftspunkte holen und dann immer bessere Sachen herstellen. Dann Soziales, das sind meine Freunde, das ist jetzt Ceno Sim. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Das ist jetzt Level 60. Ich sehe auch gerade, wo er ist. Ich könnte ihm auch eine Nachricht schreiben, also mit Flüstern. Ich könnte einladen, das für ein Team und ignorieren, das ist, wenn ich glaube, seine Nachrichten nicht mehr bekommen will und löschen, einfach von Freunden wegnehmen. So, Gilde, ich bin jetzt in der Gilde Awakening. Awakening, spricht man so wahrscheinlich aus. Ich habe da noch nicht so einen hohen Rang, also ich bin Mitglied, wie man da sehen kann. Ja, ignoriert habe ich jetzt diesen hier. Dann könnte ich eigentlich wieder, ja, da habe ich glaube ich mal aufgeregt. Dann Gruppe, ich bin jetzt in keiner Gruppe, mal schauen, vielleicht, vielleicht bringt er gerade an, in eine Gruppe zu kommen, um euch das zu zeigen. Ich habe die Einladung abgelehnt, naja. Also hier steht einfach noch so Sachen, wer der Führer von der Gruppe ist, der Führer kann das alles selber bestimmen. Dann Optionen hier, das ist vielleicht noch wichtig, Hilfe, also das ist immer gut, wenn ihr irgendwie so in einer Spalte seid und der kommt nicht mehr weg. Ja, das ist auch noch gut. Wenn ihr irgendwelche Tipps wieder braucht, da stehen eigentlich noch alle Sachen, aber, ja, die denen dann das, was man wirklich braucht, ist eigentlich. So, das wäre es eigentlich schon von diesem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ja, wäre ich froh, über einen Daumen nach oben. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.